Du hast das gezielt, dass du mich jetzt lächerst, ne? Ja, ja. Sackratte. Alter, fick dich! Das kann nicht wahr sein! Mein Peter! Boah, verpiss dich! Bisschen, Scheiße. Boah! Ja, genau! Ihr geht mir so am Sack heute! Alter, Vater. Boah. Da kannst du aber ein bisschen weniger umbrüllen, ne? Angry Pete auf jeden Fall, ey. Ohne Spaß, ich hab in dem FragPizzi-Video noch gesagt, dass ich Peter noch nie richtig böse erlebt habe, ja? Loll! Loll! Jetzt hat er einen grünen und einen roten abbekommen. Was soll das denn?! Was soll das denn?! Ich hab dich gedippt, du Bitch! Wäre voll geil, wenn es einen Erfolg geben würde, T-Back. Oh Gott, wenn die Leute schon sagen, oh, guck mal hier, dann heißt das wieder ganz schlecht. Ja, was glaubst du denn? Ich hab drei Stück, glaubst du, der ist dann mir vorbei oder was? Ja, glaubst du, der ist dann mir vorbei oder was? Ja, glaubst du, der ist dann mir vorbei oder was? Ey, wieso kommt denn der Rote zurück? Ja, glaubst du, der kommt schon... Jo, warum warst du fast hinter mir? Ja, das ist ja so eine Spass-die-Folge-die-Folge-hatet-wirn-ohne-Britz. Ja, das ist ja so eine Spass-die-Folge-hatet-wird-ohne-Britz. Ja, hallo, die Geräusche sind doch in den letzten Folgen schon so gut angekommen. Ich frag mich immer, wie das die ganzen Jugendlichen machen, die dann in ihrem Bus hören, die Folgen voll aufgeführt haben. Die gucken sich irgendwelche Behinderten-Videos an oder so. Ja, tun die ja auch. Ja, tun die auch wirklich. So weit wie Kopfhörer geb ich euch ja nicht. Warte, ich bin noch da! Wie? Boah, Alter. Der eine ist aber in der Türkei. Boah, Alter, bist du ein bisschen doof, oder was? Ich bin noch, ich bin noch drin, eine Strecke wird ausgewählt. Die Monofarm, dumm. Boah, Pete, Chris, Jay, Bram, Hardy. Bei mir ist hier aber, mir startet jetzt grad die Runde. Ist das jetzt dein Ernst? Ja, ohne Scheiß. Ohne Scheiß, ich bin jetzt im Retten. Ich bin im Retten jetzt. Ich bin mir grad nicht sicher. Echt? Ja. Alter, da... Alter, was ist denn das jetzt? Oh, 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 oh. Ja, jetzt kriegt er auch noch eine blaue da ab, ey. Nein, keine blaue, Mama. Hardy verpasst dich. LOLL! LOLL! Ja, Vigi! Och, nö! Schon wieder viel, das ist doch Bullshit! Ja, Mann, ey! Was ist denn da los bei euch da hinten? Weiß ich auch nicht so genau. Die fahren grad noch. Die konzentrieren sich. Hehehehe! Fahrt ihr echt noch? Nein! Das hört doch irgendwann auf. Er ist doch behindert. Alter, nicht im Ernst! Alter, kurz vorm Ziel! Ich kurz vorm Ziel! Nein! Alter, jetzt mal ganz im Ernst! Das kann nichts! Peter ist vor mir, vor der Ziellinie wieder aufgetaucht, wenn er runtergefallen ist und ich bin fünfter, weil das Spiel vorbei war. Fick dich Nintendo, ganz ehrlich! Ich bin genau auf dem Ziel grade, bin ich wieder rausgekommen! Ach, hier, fuck you! So, B-Lands! Ganz im Ernst! So, B-Lands! Wie Peter ist Jay grade eigentlich gewonnen? Ich bin erster geworden, ja! Ohne Scheiß! Ihr wart so nah an mir dran! Ich dachte schon, BTF! So, B-Land! Das hab ich so nicht gesagt! Das hab ich so überhaupt nicht gesagt! Doch! Ich wünsche mir auf meiner Facebook-Pinwand bitte einen Ausschnitt, den mir irgendwie weiter hochlädt und dann werde ich den veröffentlichen. Direkt teilen oder so! So, B-Land! Das hab ich so nicht gesagt! Oder ans Whatsapp-Ton! Jetzt haben wir wieder den Whatsapp-Schreib'n! So, B-Land! Das wird von Mal zu Mal schwuler, wenn Bram das ist! Ihr vermisst ja den Start vom Baller Tattoo! Scheiße! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, boah! Oh, boah! Oh, ne Scheiß! Oh, ne Scheiß! Oh, hier war grad grad ein bisschen lacker! Hat er jetzt noch ein Stern als Zweiter? Fuck you! Komm schon durchs Ziel! Komm schon! Ja, ha, ha, ha! Nein! Das dritte Teil! Kann echt nicht wahr sein! Warum habt ihr den Peter Zweiter werden lassen? Ja, fragt Hadi! Du hast doppelt so viele Punkte wie ich hab! Ja, bleib mal ganz entspannt! Hadi, was kannst du eigentlich? Die ganze Zeit weiter mit allem Scheiß! Und dann wirst du... Du bist voll leisig! Hör den kaum! Wie kacke bist du eigentlich? Du bist voll leisig! Das war doch so klar! Oh, Gott! Sobelen! Hör die Aufnahme noch mal an! Das hab ich so nicht gesagt! Bullshit! Jetzt hast du dein Sobelen! Mein Gott! Hör den doch mal an! Das hab ich so nicht gesagt! Mein Gott, hör den doch mal an! Das hab ich so nicht gesagt! Jetzt wirst du ja quasi schon erster werden! Ja, sag mal nochmal Hadi! Hadi, wie hast du das denn gesagt? Sag das doch nochmal bitte! Oh, Gott! Das ist halt geil! Wie hast du... Wenn... Also, ich hab das jetzt nur noch so im Kopf, wie ich das in Erinnerung hab! Weil dieses... Ey, die Verbindung zu Wii U-Konzone ist instabil! Deine Mutti ist instabil! Das war ihr im Kopf! Ja, holt mal nicht! Ich bin letzter! Ja, ich dachte... Willst du dein Eis-Job-B in mich reinstecken? Yeah! Alter! Ja! Das hätt ich bitte auch gern als separaten Ton! Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr ne zuhe Nase habt? Nein! Ein Mettbrötchen heute morgen gegessen habt, dann rülpst und danach die Nase wieder frei ist, wenn man den Rülpster wieder einatmet? Alter... Nein! Okay, wollte ich nur mal fragen! Nein! Ich war so verkritten Fehler in der letzten Runde! Nein! 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 Ich glaube es ist trocken! Scheiße! Alter, du bist doch ein Hurenkind! Ich bin am Stein hin! Das war keine gute Runde! Das mit meiner Eyer dir hier ein Arschloch klatscht, Junge? Ich glaube eher, dass das deine Hände so... Oh mein Gott, ist Bramler auch mal erster geworden heute! Ja, bin ich geil jetzt Junge! Jetzt ist das Spiel, komm mal erst mal eine andere Map aussehen. Warum zur Hölle klatscht ihr überhaupt gegen mein Arschloch? Wo bist du denn da mit meinen Eiern? Mit deinen Eiern und mit dem Rest? Mit deinem Penis ist der bei dir am Arschloch drin und die Eier klatschen gegen deinen Arsch. Er hat gesagt Arschloch, richtig. Ich würde rausziehen, Mami. Ja, du ziehst doch Sobeyland, ey. Sobeyland, Junge. Sobeyland. Sobeyland. Dabei wohnt ihr doch alle in Sobeyland, oder? Sobeyland. Nein, nein, nein! Ich hab Fehler gemacht, ich hab Fehler gemacht, ich hab großen! Nein, ich hasse ihn! Komm schon, komm schon! Na, friss ihn doch, du Hure-Fatzer! Du Hure-Fatzer! Du Hure-Fatzer! Aber gut, dass Bram auch keine Punkte geholt. Alter, verspannt. Sobeyland! 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 Yeah. Sobeyland! 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 Sobeyland!